Hallo, ich bin's die Angie und ich bin heute in der Käsemacher Welt in Heidenreichstein. Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Ausflug zu den Käsemachern ist nun wieder zu Ende. Ich habe zuerst eine Führung gemacht und einige leckere Käse-Spezialitäten gekostet und danach habe ich selbst ein bisschen die Käsemacher Welt erkundet. Ich war im Shop und im Restaurant, war beim Streichelzoo, bei den süßen Tieren und habe mir auch den Kinderspielplatz und den Volleyballplatz angesehen. Der Preis für eine Führung liegt bei 9 Euro pro Person, wobei es aber Ermäßigungen, zum Beispiel für Gruppen oder Studenten, aber auch für Senioren gibt. Und ich kann euch nur empfehlen, nochmal selbst hierher zu kommen. Es ist wirklich einen Ausflug wert und ich würde es sofort wieder machen. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick bekommen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!